Ja hallo hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und Klaus spielt wieder ein Wortspiel. Ich schau mal auf die Statistik. Also ich stehe bei 1 oder 2 Spielen. Durchschnitt 42 Minuten, Bestzeit 30 Minuten. Ja gut. Also Statistik haben wir neue Spiele. Mitten und Spielen. Kommen wir in die Lärmung. So, also dass die Tagesaufgabe. Und dann machen wir mal da oben einzeln. Und da auch. Ja, da kommen ja die Frenzen. Und dann... Ja, da kommen wir mal da oben. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das sieht ja gut aus. Die 5 war auch schon, die 2 glaube ich, ja, die 2 und die 5 war, also auf der 6. Vielen Dank. 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 ... Vielen Dank.